Was geht ab, Leute? Ich habe jetzt vor kurzem wieder gesehen, Dying Light 2 hat wieder eine News rausgebracht, beziehungsweise Techland, und zwar zu den Parcours-Eigenschaften, den Parcours-Skills in Dying Light 2 Stay Human. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil ich habe das im Trailer schon gesehen, dass das immer noch so ein bisschen komisch aussieht und ich konnte es mir nicht erklären, warum. Und jetzt kommt endlich die Antwort. Was machen sie im Parcours? Was haben sie da vorgehabt? Was ist alles drin? Was ist möglich? Was ist nicht möglich? Es ist zwar auf Englisch, aber es ist ganz einfaches Englisch. Also das sollte jeder verstehen und wenn nicht, bin ich ja auch noch da und labere ja noch dazu und gebe meinen Senf dazu ab. Aber let's go. Ich will jetzt nicht mehr lange schnacken. Ich will endlich wissen, was hier abgeht. Hi, everyone. Welcome to the next episode of Dying to Know More. Today we will be talking about very unique topic for the Dying Light franchise, which is parkour. I hope that my next guests will tell us some juicy details about parkour in Dying Light 2 Stay Human. Hello, Tewon. Hello, everyone. Hi, Paulina. So, we've already said how important it is to us to deliver very realistic parkour, but how do you achieve that in a video game? So, hier ist jetzt zum Beispiel die erste Frage, wie sie es geschafft haben, ein Videospiel zu kreieren, das so nah wie möglich am Parkour-Running angelehnt ist, ja? Wie ist das möglich? So, yes, that was the core goal to create a video game, a parkour-video game, which is as close to real life parkour as possible. So, we have an adaptation of skills and moves that people who practice this real life sport do. Guck mal, das ist schon mal eine ganz geile Sache. Und zwar haben sie die ganzen Sachen, die ganzen Skills und Moves und Eigenschaften reingebracht, die auch im Real Life möglich sind, ja? Das heißt, du springst vor einem Dach und es fühlt sich extrem realitätsgetreu an. Und das finde ich extrem geil, ja? Ich finde das im ersten Teil, fand ich das schon überragend. Ich habe den ersten Teil, ich lasse es mal fünf Jahre sein, ja? Fünf Jahre gespielt und es hatte damals schon einfach ein geiles Feeling. Und das ist jetzt erst der Grundbaustein. Und daran wurde dann noch mehr gefeilt und noch mehr gefeilt und noch mehr gefeilt. Das kann doch nun noch gut werden, oder? Liege ich da falsch? Gucken wir mal weiter. Hier haben sie jetzt zum Beispiel noch gesagt, dass sie sich einfach, sie haben sich einfach echte Parkourläufer rausgesucht. Also hier jetzt in dem Beispiel den Besten und haben mit dem darüber geredet, was ist möglich, was sind Vor- und Nachteile, was kann man machen im Parkourrunning, was kann man nicht machen, wo gibt es irgendwie noch ein paar Makel, was könnte man ausbessern? Und das finde ich super, dass sie das machen. Weil das bringt uns das Spielerlebnis einfach noch näher an die Realität dran, ja? Das macht es einfach noch geiler, das macht das Feeling geiler, das macht das Laufen und später dann auch noch die Kombination mit dem Schlagen und Zombiesmetzeln, das macht das alles runder. Und das war mir zum Beispiel am wichtigsten, dass die Parkourmoves smooth und flüssig sind, ja? Das war am wichtigsten, weil wenn das Laufen scheiße ist, macht das Kämpfen auch keinen Bock oder weniger Bock. So, und das war für mich auf jeden Fall ein großes Kriterium. So, natürlich müssen sie noch ein paar Dinge ändern, weil es ist halt immer noch ein Videospiel und keine Realität. Was natürlich auch klar ist, weil es das Spiel sonst einfach nur unnötig schwer macht. Ich meine, wenn es am realitätsgetreuesten ist, ja, dann kann ich auch theoretisch selber auf dem Dach klettern und da runterspringen. Oder, naja gut, über die Dächer springen, ja? Dann bräuchte man das Spiel nicht. Deswegen muss man natürlich auch ein bisschen was verändern, damit es den Spieler, den Gamer auch anspricht, ja? Wenn man sagt, boah, guck mal hier, das und das kannst du machen. Es ist zwar sehr realitätsnah, aber nicht komplett. Für die Säge von Erfahrung, damit jeder kann Spaß aus dem Dach. So, über diese Veränderung, was ist die Unterschiede zwischen Real-Life Parkour und Parkour in der Spiel? Well, da sind einige Unterschiede, aber ich beginne mit dem, das wichtigste Punkt. Wenn du Parkour in Real-Life machst, du hast dein normaler, humaner Bild von Blick. Und du siehst du in front of dich, eine große Distanz, du siehst du auf deinen Seiten. Also, du siehst du viel Informationen über deine Erinnerung. Du bist auch vollständig aware, von deinem Körper, von seinen Limitations. So, du kombinierst diese Informationen, um zu entscheiden, was du machen willst, was du nächste Schritt ist. Und in der Spiel? In der Spiel ist es ein bisschen anders. Denn in der Spiel, first of all, du bist limitiert, von dem du siehst auf der Schrein. So, hier hat er jetzt nochmal darüber geredet, dass es auch einfach schwierig ist, dass es sehr schwierig ist, es nicht sehr realitätsgetreu zu machen, weil es einfach bestimmte Unterschiede gibt. Hier zum Beispiel hat er jetzt Field of View genannt. Ist ja klar, dass wir in der Realität viel mehr sehen als auf einem Bildschirm, ja. Das ist ja ganz klar. Aber das macht die Sache natürlich auch viel schwerer zu programmieren und darzustellen. Und ich hoffe, dass sie das auch gut machen. So, first of all, when you run, when you parkour in the game, you need that extra time to make the correct decision what you want to do next. And this is the main reason why some of the animations in our game last a little longer in the final moments of their sequence. This is also the reason why Aiden, when he jumps, he stays in the air a little bit longer than a normal person would do. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt soweit verstanden. Hier wurde jetzt nochmal darüber geredet, dass Aiden zum Beispiel ein bisschen länger in der Luft bleibt, was aber auch nicht unrealistisch ist. Aber es macht die Sache um einiges einfacher, ja. Weil es einfach diese großen Unterschiede zwischen Realität und Game gibt, ja. Also, ich bin selber schon Parkour gelaufen. Ich weiß ungefähr, wie das ist. Ich hab's jetzt nicht professionell gemacht. Aber ich bin schon ein paar Jahre Parkour gelaufen. Und dann weiß man auch, kennt man die Unterschiede einfach ein bisschen genauer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, wer von euch auch Parkour läuft. Ähm. Und im Game ist das natürlich eine ganz andere Sache. Und da muss man dann gucken, dass man das so realitätsgetreu wie möglich reinbringt. Und da haben sie jetzt gesagt, okay, zum Beispiel, wenn du jetzt springst, bleibst du, sagen wir mal, zwei Sekunden in der Luft. Aber im Game bleibst du noch ein bisschen länger in der Luft, damit das Gefühl auch einfach besser ist und du bestimmte Hindernisse besser nehmen kannst. Und das, das finde ich wichtig. Und da habe ich auch gar kein Problem mit, dass sie das machen. But this was very, very necessary for us. And this is very important for the experience, because without it, it would be very hard to play. And to be honest, even hard to watch on the screen. Hard to watch on the screen? But why? Exactly, I said that. And simply speaking, and I will be brutal here, you could feel dizzy and you could feel motion sickness. And we had this issue with a small faction of our players from Dying Light 1. So we have doubled up on methods to make sure the game will be comfortable to play for everyone. Okay, so everyone can feel like a superhuman. Superhuman is maybe too much of a word. More like an athlete, because Aiden is just like that. So I will get a little nerdy here. So Aiden in the game runs at the speed of a little less than 7 meters per second, which is about 23 kilometers per hour, which is about 14 miles per hour. So sprinters do that numbers. Okay, so here it is. That is zum Beispiel nochmal eine ganz geile Sache. Und zwar, ich weiß jetzt nicht genau, wie es im ersten Teil ist. Jedenfalls im zweiten Teil läufst du wie ein echter Athlet. Also die Geschwindigkeit, die Aiden aufbaut, die sind möglich, ja? Die sind möglich von einem realen Athleten. Es ist möglich. Und das bringt dich dann natürlich wieder zur Realität. Du hast auch wieder ein viel besseres Feeling, was natürlich dafür sorgt, dass das Freerunning wieder um einiges geiler wird, ja? Und das finde ich extrem wichtig und auch supergeil, dass sie das mit reingebracht haben. Es ist wie eine normale Person. Ja. Aber es geht höher. Aber was ist mit der Gravitie? Okay, so das ist eigentlich sehr interessant. Hast du das verstanden? Die haben die genaue, die nahezu genaue Gravitation der Erde ins Spiel gepackt. Wie geil ist das denn? Ja? Wie geil ist das denn? The funny thing is that in Dying Light 1 and Dead Island the value was about twice as big. So und hier im Dying... Jetzt hier hat das nochmal erzählt. Und zwar in Dead Island und bei Dying Light 1 wurde das verdoppelt. Und das hat sich gar nicht so angefühlt. Null. Aber jetzt wird es nochmal um einiges realistischer. Und da freue ich mich extrem drauf. That was unrealistic. Er sagt, es war unrealistisch. Natürlich, aber für mich war es voll realistisch, ja? Ich habe davon nichts gemerkt. Sehr wenig gemerkt. Du konntest es immer noch geil spielen. Es war immer noch ein flüssiges Movement. Damals schon. Ich habe das vorherige Spiel, wenn du die Trailer oder die Gameplay auf dem Internet guckst, du denkst, dass etwas aus. Aber ich hoffe, dass wenn du das Spiel spielst, du fühlst, dass Aiden's moves mehr natural und mehr realistischer fühlen. Und das hat mir ein bisschen die Sorge genommen, weil im Trailer sieht es auch einfach ein bisschen komisch aus. Und ich hoffe auch, dass es, wenn ich es spiele, sich um einiges natürlicher anfühlt, als ich es jetzt nur gesehen habe. Ich hoffe einfach mal. Aber er sagt es ja auch so, dass es genauso wäre. Die Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh, Physik und Numbers aside. Aside. Ich bin sehr interessiert. Was ist die größte Unrealistische Sache Aiden kann machen? Well, Unrealistisch, vielleicht nicht. Wir sind mit der Storio-Team. Die Leute, die die crazy Parkour-Videos auf YouTube machen. Und einmal haben sie uns erzählt, dass Parkour in Dying Light 2, ist basically Parkour auf Steroids. So, es ist mehr so. So, for example, Aiden kann etwas wie ein Double Jump machen. Well, it's not like a real Double Jump that he jumps twice in the air, but if there's something in the air he can spring off, then he can do that. Maybe it's impossible to do in real life. Maybe it's extremely difficult in real life, but it's fun to do and it's very useful in Gameplay. So, hier hat er jetzt nochmal darüber geredet, dass, oder die Frage wurde gestellt, was ist das Unrealistischste, was Aiden tun kann, ne? Und er meinte jetzt, er hat sich beraten mit den ganzen Parkour-Läufern oder mit diesem großen Parkour-Läufer, mit diesem Father of Parkour und er meinte, dass es halt einfach krasses Parkour-Running ist, ja? Also wirklich heftig. Und das Unrealistischste, was er jetzt seiner Meinung nach reingebracht hat, ist ein quasi-Doppel-Jump. Das heißt, wenn du jetzt sprintest, auf eine Laterne zu und an der Laterne ist noch so ein, ja, so ein Metallstück, dann kannst du das benutzen und nochmal eine Ecke höher springen, was natürlich hilft, um enge Schluchten oder um breite Schluchten zu überwinden. Wenn du jetzt von Haus zu Haus springst, dann kannst du einfach diese Laterne nutzen und auf die andere Seite kommen. Was natürlich hilft, ja? Ist ja klar. Und das haben sie reingebracht, wie er es jetzt auch schon gesagt hat, um das Gameplay flüssiger zu machen und um große Hindernisse zu überwinden. Und er meint, das ist geil. Also, ich glaube sie. Sofort. Und andere Sachen haben sie auch noch gemacht. Also, das ist nicht das Einzige. Das ist auch noch wichtig. In den letzten Episoden von Dying to Know More habe ich mit Agata Sukua gesprochen. Okay. Und wir haben über Kustomisierung gesprochen. Also, sag mir, was können wir kustomisieren, wenn es zum Parkour geht? Es gibt ein paar Dinge, die man kustomisieren kann. Mostly Dinge, die dir helfen, wenn du parkourst. So, zum Beispiel, du kannst die UI-Information über deine Parkour-Comboe deaktivieren. Okay, aber das ist auch relativ Standard, finde ich. Ich glaube, in einigen Spielen kannst du sowas auch ausstellen. Oder vielleicht kannst du das Magnetische Feld der Amortisers, die wir in unserem Spiel haben. Oder kannst du die Kontrollen für die Paraglider verändern. Dinge wie das. Und auf dem Schwierigungslevel. Also, mit Schwierigungsmoden haben wir nicht viel Parkour verändert. Weil Parkour war designed um, wie sie sagen, easy to learn und hard to master. Okay, also die Schwierigkeitsstufen, die sind genau gleich. Also, die interessiert das Parkour jetzt quasi nicht. Also, wenn du auf leicht spielst, ist das Parkour genauso schwer, oder das Freerunning, genauso schwer wie auf Albtraummodus. Ich weiß nicht, ob es einen Albtraummodus gibt. Ich hoffe es einfach mal. Weil ich will wieder im Albtraummodus spielen. Und das hat damit gar nichts zu tun. Es ist ganz einfach. Es ist einfach reinzukommen. Aber hart zu perfektionieren. Das heißt, du kannst fünf Jahre in dem Spiel verbringen. Und dann ist das Movement von dir auf jeden Fall besser, flüssiger als irgendein Neuling, der deinen Light 1 jetzt noch nicht gespielt hat. Schande über ihn. Und sich noch gar nicht damit auskennt. Was natürlich auch extrem wichtig ist. Weil wenn du nicht in das Freerunning reinkommst, dann kannst du das auch knicken. Aber er meinte, Du kommst einfach rein. Aber um es zu perfektionieren, musst du einfach dranbleiben. Finde ich gut. Ich glaube, jeder Spieler wird die Stadt überraschen, mit Ease, mit der Freiheit, mit dem Fluss. Aber natürlich, wenn du mehr Zeit in das verbringst, dann kannst du es mehr effektiv machen, mit einer verrückten Kombos. Hier sagt das ja nochmal. Hier kann man nochmal bessere Kombos machen. Und das Freerunning ist einfach flüssiger. Geil, Alter. So, Difficulty-Modes, don't change Parkour much. Maybe small things, like for example, the damage you receive when you fall down. Okay, vielleicht der Fallschaden, vielleicht wird der angepasst. But would you change anything, if players want to? I feel, I hope the game is well balanced for everyone to enjoy. But of course, we can do some small improvements after the release, hearing players' feedback. But for sure, we will approach that with great carefulness, because there are different players with different needs. Oh, so I can see that you are well prepared. Well, we are trying to. The release of the game is right around the corner, so now it's all in players' hands. And I hope they will enjoy the kind of Parkour we have prepared for them and that's a bit more and more. And to me, I did not feel like that? I was at the beginning at the beginning well, yeah, because of the free running there really so great at the beginning of the first part, but it's yeah, it's all in for sure. It must be better. If it doesn't not be better, I'm going to take it and I'm personally to tackling it and I'm going to do it and I don't know, it can't be. It's not to be. But niemals. That's because it's it's still again. It's still . it's really not what was noch mehr, noch besser werden kann, ja. Natürlich, die Sachen, die jetzt hier gesagt wurden, ist natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, wie sie das jetzt wirklich umgesetzt haben. Aber ich bin da wirklich zuversichtlich, ja. Die sind dran an dem Game, die lieben das Game, die lieben Dying Light 1 und ich wette, für Dying Light 1 gibt's später immer noch Updates und Events, weil die einfach das Spiel lieben, ja. Genauso sehr wie ich. Und das, ja genau, ist ja vorbei. Und das ist die Sache. Also, wenn ihr noch Feedback habt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ja. Hier auf dem Kanal werdet ihr alles, absolut alles zu Dying Light 2 erfahren. Ich mache jedes Easter Egg, jede Mission, alles. Und wenn ihr dabei bleiben sollt, let's go, geht rein. So, ich hoffe, ihr habt das Spiel natürlich bestellt. Ich hoffe auch in der Uncut-Version. Außer, es interessiert euch nicht. Dann dürfte es ja auch so einfach kommen, ohne Probleme. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, bis denne. Und ciao, ciao. Und bis dahin, haut rein, 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 Untertitelung des ZDF, 2020